Nichts von Kutschke, und wieder dieser Hiller! Klasse, wie er dann einen Körper gegen Becker hier einsetzt, und Hiller! Robilanski, Rieder, Rieder, 2 zu 0,60! Lackmacher, Lackmacher legt er sich selber vor, Phil Lackmacher mit dem 2 zu 0! Ball jetzt in die Spitze, Reddemann, einmal, zweimal, noch nicht geklärt, da ist die Chance für Robilanski! Oben mit dem Winkel rein, hat diese Qualität, das ist eben, wenn du es in der Lage bist, um einen Spieler zu verpflichten, dann machst du eben auch solche Tore! Vorbei, das war der Letzte, der da noch am Weg stand, bleibt wieder liegen, während Frenetzi das 3 zu 0 macht! Riesending von Albion Frenetzi! Duell mit Marco Hiller, Stoppelkamp scheitert an Hiller, und der Nachschuss kommt nicht zustande! Sehr guter Ball ins Zentrum, Lackmacher! Lackmacher und Skanderovic! Und Skanderovic ist durch! Meri Skanderovic! Toll durch, auch nicht gut verteidigt in dieser Situation, und dann... Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!